Wir machen heute mit einer neuen Folge Modern Warfare. Wir sind in das Bäckchen. Wir müssen Waffen verstanden. Das sind mal die Waffen. Wir haben jetzt einen Schritt für dich. Was zeigt es mir an? Warum zeigt es mir das hier? Ist das ein Symbol hier? Das ist ein Feld. Ah! Das zeigt es mir immer an bei der Kante. Aber wie komme ich dort hin? Jetzt kann ich nicht mehr vorne. Ich bin eingeklemmt. Das Fenster. Bravo 6. Wir gehen rein. Ich lasse mit Wasser raus. Still. Wir sehen schon mal. Das ist ein Feld. Das ist eine der Gegend. Wir nehmen Kontakt zu einer ultranationalistischen Gruppe aus. Nach den Anbieten übernehmen Sie den Osten. Betraut dem Woll. Aber nach dem Fisch. Nimm den Vorderen auf! Sicher! Alper 3, geh durch die Vordertür rein! Terroranschläge! Vor mir! Bravo 6 unterwegs zur ersten Etage! Zu mir! Feind getroffen! Ziele hinter der Tür! Zwei Ziele ausgeschaltet! Bestätigt! Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist! Sie hätte nicht dürfen. Sie hätte sicher nach der Waffe gegriffen. Sonst wäre die Mission abgebrochen worden. Ihr schaut, dann schaue ich hier noch. Nein! Etage sichern! Erste Etage gesichert! Verfällt! Wäre ich tot! Ich würde gerne vorgehen. Bravo 6! Gehen in die zweite Etage! Ich mag nicht, wenn meine Waffen hier... ...wenn man kann schon auf die eigene Richtung richten. Das ist doof! Was? Ich bin sauber. Vor der Tür! Du weißt ja, aber du bist gefährlich da... 3, 1, schnell hier raus! Roger, komme! Leck... Warte! Ja genau, was? Sind die auf Droge oder so? Schlafzimmer gesichert. Ich habe ein Baby hier. Ein Baby. Etage gesichert. Treppe und Treppe. Ich bin zu schräg. Bravo 6, übernimm die dritte Etage. Ich habe es gezwollen. Ich errate den Wollt nicht. Dann lass mich draußen! Ohne so schnelles Gefühl bleiben! Kommt doch, lass mich stehen! Ich bin hier, lass mich! Gezielte Schüsse! Ich bin hier. Hallo! Los! Hey! Die sind für die bösen Jungs, Sargent. Ich muss mich zurückkommen. In Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Oh! Oh! Aufpassen! Etasche sichern! Hey! Ich will einen Blenker anzuschießen, oder wie kann ich das machen? Gesichert! Letzte Etasche, geh vor! Er ist unter das Bett gegangen. Ich wäre tot. Oh Gott! Noch eine Etage, Sergeant! Wieselig vor hier! Abgeschlossen! Wo ist er? Schaffe sie möglichst lebend! Was lebend heisst, dass sie die Beine schiessen oder so? Runter! Sofort runter! Nicht schiessen, bitte! Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Sagt er Stopp! Die wollen die Waffe holen. Sicher! Die hat sonst die Waffe genommen. Alle Teams, Gebäude sicher! Extraktion starten! Verstanden, Bus! Roger! Durchsuchen, Sergeant! Irgendwas ist hier! So eine Scheiße! Sie wollte nach dem Zünder greifen! Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet! War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten! Wir kennen die Position des Wolfs! Der Dachboden des Al-Katala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazakrankenhaus in Urzistan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Al-Katala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marinebodentruck zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Katerakano-Army-Ausruhe-Schule-Mis-Teschfach. Es helle geriert El-Umer. Maschi. Kabinär-Schübesir. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Katala an uns Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen hier Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Katala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du bist dabei sein, wenn wir ihn Preiss übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Hm. Ich übernehme die Ecke. Wir müssen zum Ende der Straße. Halber Kilometer. Ich lauf mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Gregs. Immer. Und mich Alex. Keine Einheimischen. Guckt nicht mich an. Bist du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin los Alex. Demon Dogs. Bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Tuten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden. Verfickter Scheisse. Kommt die föderalen Gegner. Beipack, wo sind sie? Beipack, wo sind sie? Beipack rückt nach Norden. Verstanden. Treffen uns in einer Minute an der Kreuzung. Bleiben bleiben. Weitere Hände. Achtung, Spell. Sprinkköpfer, Vollköpfer. Nimm das. Ho, ho, ho. Gang 6, Volk durchwischen, Baby. Solperte sind im Alkohol, Sergeant. Wie sieht's aus, Kleins? Kannst du sie entschärfen? Bestätigt, bin dran. Kümmer dich um diesen Stolperdraht, 3-1. Demons! Schleifen zerschnitt! Weiter geht's! Folge dem Konvoi und bleib dicht dran! Hurra! Hurra! Los jetzt! Waaaii, das ist das alte Ding. Sie sind vor die Waffen. Spiegel. Zu, 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 zu! Los jetzt! Oh, Scheisse! Deine Hände! Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Was ist jetzt deine Hände? Dann hab ich mir gelacht! Mal schaust dir! Was ist denn da aus? Das ist eine Bussschaufe, whatever. Ich bin mir nicht so. Vorwärts! Bestätigt! Warte, warte, warte! Warte, warte! Du musst mich nicht! Auf, zwei, Vereinung! Was ist denn der Bussschaufe? Das ist ein Aschberungsschaufe. Das ist ein wenig schwer hier. Ist das ein Feind? Ja, ja. Ich habe keine Legos ausgeschaut. Ich habe nichts gehört. Das macht nicht so schade. Du solltest nicht der Vorsicht. Was mir gehört? Das ist ein wenig schwer. Ich muss da sein. Das kann ich noch nicht gehen. Ich bin total scheisse im Fall. Ich habe eine 20 Meter Entfernung! Ja, ich sehe sie! Ich bin durch die Fall schon. Nein! Ich habe mich aber aufgerührt jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein! Nein! Warum kann ich nicht schiessen? Ich verklage mich aber auch. Die Waffen haben mich gerade geschlagen. Ja! 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 Überstand an alle Teams! Stossen Sie zum Konvoi! 7-1-2 an Red Hammer, Team! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen! Erwitzen sofortige Unterdrückung! Over! Roger, 7-1-2! Hammer hat sich in Kontakt zu dieser Position. Fieler Pass! Bereithalten für Nahfeuer! Schlauble! Sehr recht, ne? Kommst du auch zur Partie! Schlauble! Hänge durchscht! Schlauble! Ich kann nicht so hoffen! Ah, die schiesst auf mich! Ich bin auch beschiesst auf mich! Die Sonne ist so blöd im Blick! Halt! Schlauble! 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 Wo bist du?! Ich bin auf mich hier! In Bewegung! Frei Schuss! Ich habe die Saune! Und muss auf die Notwache wechseln! Ich habe drei Laufstürzen. Ich habe drei Laufstürzen. Ich bin nicht näher. Ich würde gerne näher zoomen. Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Kommt auch so fast hin. Futsche ich noch. Aus dem Kotzen. Aber ich kann da nicht mehr. Hey, hey, wo bist du? Ich brauche dich hier! Bewegung! Ja, das geht nicht. Ich habe die nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie man das Zaun verstellt. Moment noch! Feuer! Feuer! Es ist los! Oh ja! Es ist los! Es ist los! Sie brauchen einen Atem. Demon 1 und 2. Ralf-7 meldet Sie und zerstört. Vektor ist gesichert. Wiederhole, Vektor gesichert. An einer Demon Dogs. Weg ist frei. Grünes Licht zum Vorrücken. Hurra! An einer Idee darf ich gerade eine Messe mit dem Scharfschutz. Jetzt. Raketen-Darfer! Gehen in Feuer! Feuer auf den Reinkopf. Ab ein Ziel, Alter! Gehen in Feuer. protective heraus. wird eing prioritize, Atem Hybrid. In Fiek Cult Eden. Sie sehen in Feuer, Ma� und gleiche Süß. Das Gebietável war die rooting. Angeにちは range. Gehen im Globus. Abonnen in Feuer. Eier Bedingungen. Das ist ein Falschzürz. Protektiv. Jura. Alle Demons vorrück! Mein Ziel! Bewego! Bewego! Achtung, Achtung, Achtung! Scheisse, die Nutzung der Marsch. Huf! Rumpfelder. Huf! Einer ist ungeschützt! Huf! 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 An alle Stationen! Lobby gesichert! Keine Spur vom Wolf! Demons sind auf der Jagd! Wie lange wir ihn leben kriegen 3-1! Verstanden! Ein kleines Magazin da, die Waffen. Die 30 Schuss sind schnell weg. Jetzt irgendwo nur Nachschub. Motion. Das ist schwierig. Er könnte nicht auf seine Liste schiessen. Vorwärts los! Schwierig. Er könnte nicht auf seine Liste schiessen. Bewegoo! Ich habe dich. Ich habe ein Ziel. Wo habe ich jetzt? Aber es war ein Soldat. Er ist an der Theke! Oder habe ich jetzt einen Zivilisten erschossen? Scheisse! Wer ist ungeschützt? Kontakt! Ich glaube, ich habe einen Zivilisten abknallt. Bewegoo! Bewegoo! Bestätigt! Er ist an der Tür! Was habe ich gesehen? Ob ich mich nicht vor schiss... Verstanden? Verstanden?! Moment! Töt ihr noch einen Scherp? Wo kann ich das? Jetzt ist da noch einer reinlautscht Gebt mir Deckung Ich habe ihn Brauchen Deckung Warte, warte, warte Warte Warte, 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 warte auf Mutter! Mutter! Pass auf, das könnte ich da... M1, dem Fall auch noch ein... Genfurt 3-1, Team 3, hier ist 1-2, wie ist der Stadthof? Ich habe es selber rausgesucht. Gefährliche... Gefährliche Situation. Schütze! Ich habe es gewusst... Die wäre tot. Die wäre tot. Scheisse! Finden Sie sie! Der hier ist auch Soldat. Schliessest du jetzt den ab? Oder du lässt ihn leben lassen. Und genau hier ist das Gewehr. Ich habe es nicht... Scheisse! Genfer Konvention, schnell verletzt. Ein kleines Kriegsvertreter. Schliessest du? Ich kann das nicht mehr... Aufrücken! Aufrücken! Rauchwerfen und hoch da! In Deckung gehen und vorrücken! Aktivität! Nichts! Ich lege! Mit denen du schaffst! Zwerg werden Sie sich nicht mehr... Ich lege... Ich lege! Ich erneut... Das ist eine Flasche! Die Flasche ist nicht gutür... Ich lege! Es ist gut! Ja! Ich lege! Der Mikrofilme! Granat! Ich sehe einen! 30 Meter! Ich sehe einen! Ich sehe einen! Ich sehe einen! Ups! Er hat einen! Die Kraft. Ziel bedenkt sich. Die Kaffee. Hey, gib mir Meckung! Nichts, Sergeant! Augen in das Zimmer. Kamera bereit. Roger. I'm ready. The door is open! Briggs, we are going to go. Are you ready? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Hurry! Wir sind da, Bruder. Alles gut. Alles klar, Alex? Gut, Griggs. Omar Suleman, Sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit. Tun Sie, was ich sag, oder Sie sind tot. Sehr gut. Alle Demon-Teams Marines sichern. Der Wolf ist im Sack. Bringen wir ihn.